Und bevor wir die Einlage jetzt zusammen angehen, mal so eine Idee, was passiert eigentlich in einem Tri-Crypto-Pool? Ich bin hier jetzt von einer Laufzeit ausgegangen von 28 Tagen, also unsere Einlage läuft jetzt 28 Tage und wir bekommen jetzt in diesen 28 Tagen Rewards. Aber wir müssen uns nicht festlegen, wir können jederzeit in den Pool rein, wir können auch jederzeit wieder raus. Es gibt keine festen Laufzeiten, das ist jetzt einfach nur als Rechenbeispiel hier. Und dieser Pool, der dient ja dazu, dass man jetzt diese Assets hier gegeneinander traden kann, also zum Beispiel Ether gegen DAI, DAI gegen Bitcoin. Zu diesem Zweck gibt es in diesem Pool eben diese Assets in einem bestimmten Verhältnis und zwar besteht dieser Pool aus ungefähr einem Drittel Ether, einem Drittel Bitcoin und einem Drittel Stablecoins. In dem Fall auf Polygon sind es die Stablecoins DAI, USDT und USDC. Die Zusammensetzung kann aber je nach Blockchain ein bisschen schwanken. Und in diesem Pool zahlen wir also jetzt mal in diesem Beispiel 1000 US-Dollar ein und wir bleiben für 28 Tage in dem Pool. Als erstes werden die 1000 US-Dollar aufgebrochen in die unterschiedlichen Asset-Klassen. Das heißt, ein Drittel davon wird umgewandelt in Ether, ein Drittel wird umgewandelt in Bitcoin und ein Drittel wird umgewandelt in diese Stablecoin-Kombination. Und wir bekommen dafür einen gewissen Prozentsatz an dem Pool, also wir haben Anteile an dem Pool in Höhe von XY Prozent. Jetzt wird über die 28 Tage natürlich in diesem Pool fröhlich getradet und immer wieder werden also die Assets gegeneinander geswappt und dabei fallen ja Trading Fees an. Und die Base APY, die besteht ja darin, dass wir, die wir in diesem Pool drin sind und hier Liquidität zur Verfügung gestellt haben, von diesen Trading Fees die Hälfte abbekommen. Und von dieser Hälfte, die also hier an Fees eingenommen werden, bekommen wir dann entsprechend unserer Einlage in den Pool prozentual einen Anteil. Das heißt, wenn wir aus dem Pool rausgehen, dann bekommen wir erstmal unsere Einlage zurück, 1000 US-Dollar plus 5 Dollar in Trading Fees. Ich habe es mal ausgerechnet, also Jahres APY 5,9 Prozent, bekommt man hier als Base APY, das dann umgerechnet auf 28 Tage bei einer Einlage von 1000 Dollar sind 5 Dollar. Diese 5 Dollar haben wir also verdient durch die Einlage hier. Und jetzt müssen wir noch eine kleine Nebenrechnung aufmachen und zwar überlegen wir einfach mal, was passiert eigentlich, wenn der Bitcoin und der Ether im Wert schwanken. Und angenommen, die Poolgröße wäre jetzt 27 Millionen US-Dollar, das heißt also ein Drittel dieser 27 Millionen sind Bitcoin, ein Drittel Ether und ein Drittel sind dann eben Stablecoins. Dann ist der Anteil vom Bitcoin in dem Pool 9 Millionen US-Dollar wert, Ether ist 9 Millionen US-Dollar wert und die Stablecoins sind auch 9 Millionen US-Dollar wert. Was passiert jetzt, wenn der Bitcoin um 50 Prozent steigt und der Ether um 30 Prozent? Dann ist der Bitcoin in dem Pool 13,5 Millionen Dollar wert, der Ether 11,7 Millionen Dollar, weil klar, wenn der Bitcoin im Preis steigt, dann ist auch der Poolanteil mehr wert in US-Dollar gerechnet. Der Pool ist also insgesamt jetzt 34,2 Millionen US-Dollar wert und unser Anteil an dem Pool ist gestiegen um 266 US-Dollar. Und wenn wir aus dem Pool rausgehen, bekommen wir also eine Auszahlung von 1266 US-Dollar allein durch die Wertsteigerung. Die Wertsteigerung ist also 266 US-Dollar wert. Und dann kommen natürlich noch unsere Curve Rewards hinzu, die sind dann 20 US-Dollar wert und das ergibt dann also nach 28 Tagen einen Gewinn von 291 US-Dollar auf eine Einlage von 1000 Dollar. Natürlich auch nur vorausgesetzt, es läuft wirklich so schön, dass der Bitcoin um 50 Prozent steigt und der Ether um 30 Prozent, was ja ab und zu schon mal vorkommt. Und das ist also eine ziemlich fette Summe, die man hier zusammenbekommt. Und das ist natürlich besonders interessant an Tagen wie heute, wo der ganze Kryptomarkt deutlich korrigiert, nach unten korrigiert, weil jetzt in diesen Tri-Krypto-Pool einsteigen bedeutet sehr günstig einsteigen. Und wenn, also wenn natürlich nur, vorausgesetzt also die Kurse steigen, danach wieder, dann ist man hier günstig reingegangen und kann von einer Kurssteigerung profitieren. Gleichzeitig muss man aber auch ein bisschen aufpassen mit dem A3-Krypto-Pool, weil wenn der Markt wieder dreht und Bitcoin und Ether dann weiterfallen, dann ist es natürlich Zeit in einen Reiden-Stablecoin-Pool zu wechseln. Und auch hier gibt es eigentlich ganz interessante Angebote bei dem Aave-Pool hier zum Beispiel, der ja aus drei Stablecoins besteht, hat man zwar nur eine Curve-APY, also eine Rewards-APY von etwas über 4 Prozent. Da ist dann auch noch der Matic drin enthalten, dafür aber eine hohe Base-APY und auf der anderen Seite gibt es hier eine Euro-Dollar-Kombination, die 20 Prozent Curve-APY bringt. Es gibt also auf jeden Fall genug Alternativen für andere Marktszenarien hier. In diesem Video mache ich jetzt eine Einlage in diesen A3-Krypto-3-Pool. Das Ganze bietet sich an, weil ja heute eine Marktkorrektur stattgefunden hat. Ich persönlich gehe jetzt davon aus, dass es noch nicht der Bärenmarkt ist, sondern nur eine Korrektur und deshalb möchte ich jetzt hier quasi auf einem möglichen Tiefstand in diesen Pool rein. Der Pool enthält ja zwei volatile Assets, Bitcoin und Ether. Es besteht also Aufwärtspotenzial und das Ganze möchte ich hier jetzt einfach mal durchführen. Natürlich ist mir auch nicht hundertprozentig klar, ob wir jetzt schon im Bärenmarkt sind oder ob es wirklich nur eine Korrektur ist. Das Ganze ist also in gewisser Weise riskant. Wenn ihr so etwas jetzt auch mitmachen wollt, dann bietet sich vielleicht auch an, hier einfach einen Stablecoin-Pool zu nehmen und mal zu warten, bis sich hier quasi der Staub legt und bis klar wird, wo wir hier im Markt jetzt stehen. Also das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die man hier hat. Vom Prinzip her geht das Ganze aber gleich. Und das erste Problem, das natürlich jetzt besteht, ist bei einer Einlage von 5000 Dollar. Wir reden jetzt hier von 30 Prozent bis 40 Prozent oder 35 Prozent Jahresertrag. Kann ich es mir jetzt nicht leisten, das Ethereum Mainnet in irgendeiner Form hier zu nutzen? Denn ein paar hundert Dollar Gasgebühren kann ich mir hier nicht erlauben. Das frisst meinen ganzen Ertrag erstmal weg. Wie korrigiere ich also jetzt meine Assets hier rüber? Und leider ist es so, wenn ich eine Börse verwende, wie zum Beispiel Kraken, Bitstamp oder Bitpanda, die nur Abhebungen, es geht jetzt um USDT, Abhebungen auf das Ethereum Mainnet zulässt, dann habe ich eigentlich schon verloren, weil dann muss ich mit meinen Tether Tokens irgendwie auf das Mainnet drauf, auf Ethereum drauf und habe automatisch die Gasgebühren an der Backe. Das ist nun mal so, das lässt sich auch einfach nicht ändern. Und dummerweise, ich persönlich finde das wirklich überhaupt nicht schön, ist es so, dass Binance die einzige Börse ist, die Abhebungen auf andere Blockchains unterstützt. Allen voran natürlich die Binance Smart Chain, aber seit Neuestem auch auf Polygon und zwar nur, wenn man den Matic Token benutzt. Gehen wir da mal ganz kurz rein und schauen uns das an. Bei Binance kann ich tatsächlich den Matic Token, das ist meines Wissens das einzige Asset hier, auf Polygon abheben. Matic, der Token, ist ja quasi der Token, mit dem man bei Polygon auch sein Gas bezahlt. Also wenn ich hier das Wallet aufmache und ich gehe hier auf Polygon, dann sehe ich hier also Matic. Das ist das Asset, das ich brauche, um auf Polygon zu arbeiten. Das kann ich kaufen bei Binance, indem ich hier zum Beispiel bei Trade gegen andere Assets trade oder auf Buy gehe und dann kann ich das auch kaufen, unter anderem glaube ich auch mit Kreditkarte und so weiter. So und ich möchte jetzt hier ganz klar sagen, ich mache hier überhaupt keine Werbung für Binance. Es ist nur einfach so, dass sie jetzt hier, was dieses Thema angeht, tatsächlich die Nase vorn haben gegenüber der Konkurrenz. Die Konkurrenz pennt da irgendwie echt vor sich hin, weil es ist wirklich total wichtig, dass man in der heutigen Zeit, wo es einfach echt schon fast zwei Dutzend verschiedene Ethereum Blockchains gibt, dass man seine Assets da auch hin überweisen kann, ohne dass man direkt die Gasgebühren von Ethereum an der Backe hat. Also aus irgendeinem Grund wird das da nicht richtig umgesetzt und Binance ist hier meines Wissens die einzige Börse, die in Deutschland einigermaßen vernünftig verfügbar ist, die das Ganze unterstützt. Also deshalb verwende ich jetzt hier Binance und nicht, weil ich Binance bevorzuge oder sonst irgendwas. Und ich kann hier also Matic und nur Matic abheben auf das, auf Polygon, indem ich hier, also wenn ich auf Withdraw gehe, was abheben möchte, dann kann ich hier im Prinzip meine Metamask-Adresse eintragen. Wie man das Ganze einrichtet, zeige ich nachher. Ich nehme mir also meine Metamask-Adresse hier, kopiere die hier unter Address hin und dann suche ich hier als Netzwerk Matic aus. Und dann kann ich hier meinen Betrag eintragen und dann kann ich hier eben eine Abhebung initiieren, die dann direkt in mein auf Polygon eingerichtetes Wallet geht. Und das ist super wichtig, wenn ich noch nie mit Polygon gearbeitet habe, weil als allererstes brauche ich Gasgebühren. Ich brauche also Matic-Token und aus Effizienzgründen bietet es sich in dem Fall auch an, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich hier, 5000 US-Dollar investieren möchte, am besten direkt die ganzen 5000 Dollar umwandelt in Matic zunächst und die dann eben in das Wallet hier überträgt und dann auf Polygon mit einem Exchange erst umwandelt in einen Stablecoin, damit man einfach hier direkt Gas hat, mit denen man arbeiten kann. Und diese Abhebung, die kostet hier auch irgendwas, irgendeine Fee, die ist aber nicht so besonders hoch. Auch jedenfalls überhaupt kein Vergleich mit Ethereum. Die andere Variante ist jetzt natürlich, dass ich einfach wirklich mit USDT arbeiten will, weil ich keine Lust habe, mit Matic zu arbeiten. Dafür gibt es ja schon gute Gründe. Klar, also ich habe mein Wallet schon eingerichtet, ich habe Matic schon drauf. Das ist natürlich die absolute Voraussetzung. Wenn ich jetzt keine Lust habe, hier Matic zu kaufen und die dann umzuwandeln auf der Polygon-Blockchain, dann kann ich natürlich auch irgendwie versuchen, USDT darüber zu kriegen. Und das Ganze, das zeige ich jetzt, wie das geht. Nehmen wir mal einfach an, ich hätte USDT hier auf Binance, dann hebe ich diese USDT erstmal ab auf die Binance Smart Chain. Das heißt, ich nehme hier mein Metamask Wallet, nehme die Adresse. Ihr könnt, wenn ihr wollt, vorher noch auf die Binance Smart Chain umschalten. Es ist aber nicht wirklich erforderlich, weil die Adresse, die hier angezeigt wird, ist immer die gleiche, egal auf welcher Blockchain ihr seid. Und wenn ihr also hier die Adresse eintragt und dann eben hier die Binance Smart Chain aussucht, dann könnt ihr eure Tether tatsächlich auch auf euer Metamask Wallet auf die Binance Smart Chain übertragen. Und das ist schon fast die Hälfte des Weges, den ihr zurücklegen müsst. Wenn also eure USDT in dem Wallet, im Metamask Wallet auf der Binance Smart Chain angekommen sind, dann habt ihr schon die Hälfte der Arbeit geschafft. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr es irgendwie hingekriegt habt, die USDT von Binance abzuheben auf die Binance Smart Chain und dass die USDT jetzt angekommen sind in eurem Metamask Wallet. Und bei mir liegen jetzt hier 7000 USDT bereit. Davon möchte ich 5000 bei Curve auf Polygon einzahlen. Ich muss also irgendwie rüber mit dem Tether, mit dem USDT auf Polygon. Dafür muss ich mir quasi Metamask erstmal vorbereiten, dass ich also mit Polygon überhaupt arbeiten kann. Und dabei hilft mir tatsächlich Curve, indem ich hier auf Polygon.curve.fi gehe. Und dann bin ich, da ich ja jetzt noch hier in Metamask auf der Binance Smart Chain bin, erstmal auf der falschen Blockchain. Aber wenn ich hier auf Connect to Polygon gehe, dann wird mir ja angeboten, dass ich Polygon als Netzwerk hinzufügen kann zu meinem Metamask. Und wenn ich hier auf Approve drücke und dann Switch Network, dann bin ich also auf Polygon. Und damit habe ich sichergestellt, dass jetzt also mein Metamask Wallet auch auf Polygon arbeiten kann. Ich habe jetzt hier schon 8 Matic drin. Wenn ihr noch keine Matic da drin habt, dann müsst ihr zu Binance gehen und die irgendwie hierhin abheben, wie ich das eben gezeigt habe. Im nächsten Schritt muss ich jetzt die USDT rüberschieben von der Binance Smart Chain zur Polygon. Dafür bietet sich unter anderem an eine Bridge. Die nennt sich AnySwap.Exchange. Link unten in der Videobeschreibung auch. Und hier könnt ihr Tokens von einer Blockchain auf die andere versenden. Wenn man hier also diese Liste mit den entsprechenden Blockchains aufmacht, dann sieht man, hier werden eine ganze Menge Blockchains unterstützt. Aber es geht nicht jede Kombination immer. Also zum Beispiel kann man bestimmte Tokens nur von Matic zu Phantom schicken und andere dann wieder nur von Matic zu Arbitrum und so weiter. Es wird nicht alles unterstützt, was möglich ist, aber es geht doch so einiges. Und insbesondere USDT kann man schicken von der Binance Smart Chain zur Polygon. Und hier das Ganze ist jetzt falsch rum eingestellt. Das liegt daran, dass ich ja meinen Metamask noch auf Polygon habe. Ich schalte das jetzt einfach mal um auf die Binance Smart Chain, weil ich möchte ja von der Binance Smart Chain übertragen zu Polygon. Und deshalb ist mein Ausgangspunkt hier die Binance Smart Chain. Und das Ziel ist Polygon. Und Polygon findet sich hier als Matic Mainnet. Jetzt ist also hier die Bridge richtig eingestellt, zumindest was die Blockchains angeht. Jetzt muss ich noch das Asset auswählen und da muss ich also jetzt den USDT suchen. Dann wird mir hier nach kurzer Zeit also quasi der Inhalt meines Wallets angezeigt, nämlich 7139 USDT hatte ich ja in meinem Wallet auf der Binance Smart Chain. Und davon möchte ich ganz gerne 5000 Tokens rüberschicken zur Polygon. Und jetzt ist hier ein ganz, ganz wichtiger Fall zu sehen, den man auf jeden Fall beachten muss. Und zwar geht es darum, dass man hier unterhalb dieser Zeile sieht, wie viele Assets auf den beiden Blockchains vorhanden sind. Und in diesem Fall hier ist jetzt das Ärgerliche, dass wir nur 3746 Tether auf Polygon verfügbar haben. Das ist die Liquidität der Bridge. Das bedeutet also jetzt im Klartext, wenn ich versuche 5000 Tokens rüber zu schicken, dann kann diese Bridge mich auf Polygon nicht vernünftig auszahlen. Und deshalb kann ich diesen Swap hier auch nicht machen. Also ich würde davon deutlich abraten, den zu machen, weil ansonsten landen die Tokens in irgendeinem Pool, in irgendeiner anderen Form und man hat echt Mühe, die wieder zurückzukriegen. Das Ganze ist ziemlich kompliziert. Am besten immer diese Liquidität hier checken und in diesem Fall dann die Finger davon lassen und eine Alternative suchen. Diese Alternative heißt hier in diesem Fall die C-Bridge von Seller. Auch Link unten in der Videobeschreibung. Auch hier kann man also zwischen verschiedenen Blockchains Assets hin und her schicken. Aber die Auswahl ist nicht ganz so üppig wie bei AnySwap. AnySwap bietet sich auf jeden Fall sehr viel mehr an, vor allem bei sehr viel exotischeren Blockchains. Hier in diesem Fall ist es einfach nur so eine Handvoll Blockchains, unter anderem Phantom und Polygon. Reicht ja jetzt für unseren Fall. Wir wollen ja von der Binance Smart Chain zu Polygon. Und auch die Tokens, die man hier hin und her schicken kann, sind nur eine Handvoll. Aber der Tether ist auch dabei. Also probieren wir es einfach mal hier. Ich möchte also 5000 USDT schicken nach Polygon. Das habe ich hier eingestellt. Polygon. Und dann kommen an 4997,80 USDT. Es gibt also eine kleine Gebühr, ein bisschen was geht hier verloren. Dann ist ja klar, das sind irgendwie sowas wie Transaktionsgebühren. Dann schicke ich das Ganze ab. Ich muss jetzt die Tether noch approven. Und sobald das Approval durch ist, kann ich hier bestätigen, dass ich auch wirklich diesen Transfer machen möchte. Und diese ganze Übertragung dauert jetzt zwischen 5 und 20 Minuten. Und solange das hier läuft, mache ich eine kurze Pause und melde mich gleich wieder, wenn das durch ist. Bridging ist definitiv nichts für zarte Nerven, denn die Assets sind irgendwie weg. Dann sind die unterwegs aus dem Wallet raus, aber im anderen Wallet noch nicht angekommen und man weiß nicht so richtig, was los ist. Und in letzter Zeit hat sich so einiges an den Benutzeroberflächen der Bridges getan. Zum Beispiel hier bei der Seabridge ist es so, dass man hier unter History, da steht sonst auch, wenn der Transfer gerade noch läuft, dann steht da Pending und unter History kann man nachschauen, wie die Transfers gelaufen sind. Bei mir hat das Ganze jetzt also so 20 Minuten gedauert. 20 Minuten der Ungewissheit, ich werde da immer ein bisschen unruhig. Jedenfalls, letztendlich sind die Assets angekommen, die USDT sind angekommen. Schauen wir doch einfach mal nach im Wallet von Polygon auf Polygon. Und zwar schalten wir mal um und hier sind die USDT angekommen. Ich hatte vorher schon ein paar hier liegen, deshalb sind es jetzt 7.416. Da sind eben jetzt 5.000 dazugekommen. Und jetzt sind wir also bereit für die Einlage bei Curve. Dafür suchen wir aus der Liste der Pools den Atri Crypto 3 aus. Und wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen riskant, denn man hängt hier von dem Kursverlauf des Bitcoin und des Ether ab. Wenn der Bitcoin und Ether weiter sinken, dann wird man hier auch einen Teil seiner Einlage verlieren. Es bietet sich also eher an, auch diesen Aave Pool hier zu nehmen, der nur aus Stablecoins besteht. Auch hier kann man seine USDT einlegen. Ich werde aber jetzt hier den Atri Crypto 3, weil ich ein bisschen zeigen will, wie das hier mit der Curve APY funktioniert. Dafür klicke ich den Pool an und dann gehe ich hier auf Deposit. Und dann kann ich hier einstellen, wie meine Einlage aussehen soll. Und da ich jetzt noch in meinem Wallet USDT habe, im Wert von 4.300 Dollar ungefähr, die möchte ich aber gar nicht einlegen, trage ich jetzt hier einfach mal eine 0 ein. Und die 7.416 USDT möchte ich auch nicht ganz einlegen, sondern nur 5.000, also trage ich hier die 5.000 ein. Sodass ich also jetzt hier nur 5.000 USDT einlege und nichts anderes. Ich bekomme einen kleinen Bonus von 0,025 Prozent, nicht weiter erwähnenswert. Das liegt einfach daran, wenn in dem Pool Assets fehlen, wie zum Beispiel hier beim USDT. Der USDT ist ja hier in der Minderheit. Das sind nur 7% Anteil an dem Pool. Es müssten eigentlich mehr sein. Dann bekomme ich einen Bonus, wenn ich hier eine Einlage mache, einfach damit der Pool wieder in Ordnung kommt. Der Bonus ist aber hier nicht allzu hoch. Braucht man eigentlich nicht beachten. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben für eine andere Zeit, wo vielleicht der Bonus sehr viel höher ist. Dann klicke ich hier auf Deposit. Schicke die ganze Transaktion ab. Und bei Curve ist es häufig so, dass die Benutzeroberfläche hier nicht so richtig anzeigt, wie der Fortschritt ist. Und um das Ganze besser zu verfolgen, gehe ich jetzt in mein Wallet rein und schaue hier unter Activity, schaue ich mir die Transaktion an und die ist hier als ausstehend markiert. Also ist das Ganze noch nicht fertig und jetzt warte ich hier, bis diese Transaktion abgeschlossen ist. Und jetzt ist die Transaktion abgeschlossen. Die 5000 USDT sind jetzt in dem Tri-Crypto-Pool drin, in dem A-Tri-Crypto-3-Pool und ab jetzt profitiere ich von der Base APY, also von den Trading Fees, die hier verdient werden. Aber ich bekomme noch keine Curve-Tokens als Rewards. Dafür muss ich jetzt die USDT, die ich eingelegt habe, auch noch staken. Und dafür muss ich hier die Seite nochmal neu laden, weil hier eigentlich ein Staking-Knopf angezeigt werden sollte, der aber jetzt nicht kommt. Liegt einfach daran, dass hier jetzt gerade auf Polygon sehr viel los ist. und deshalb lade ich jetzt die Seite neu. Und dann erscheint dieser Knopf hier und hier kann ich also draufdrücken und sagen Stake, Unstaked, Engage. Ich lege also jetzt hier meine USDT, die 5000, die ich hier eingelegt habe, ein in die Gage, die also die Curve-Tokens verteilt. Und auch hier gehe ich wieder auf mein Metamask und schaue mir an, wie der Verlauf der Transaktion aussieht. So, und jetzt ist die Transaktion durch. Das heißt, ich habe jetzt also meine Tokens staked und bekomme jetzt also Curve-Rewards. Wenn ich jetzt später wissen will, wie es um meine Einlage steht, dann kann ich das hier auf der Startseite von Curve-Finance machen. Und zwar gibt es hier unten einen Button am Ende der Pool-Liste, der heißt My Dashboard. Und wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich im Grunde eine Auswertung meiner Einlage, insbesondere die aktuellen Stände der APY, Base APY und Reward APY. Zusätzlich das Trading-Volumen, das jetzt hier täglich ist. 20 Millionen sind hier drin an Trading-Volumen pro Tag. Davon bekomme ich ja dann eben entsprechend ab. Meine aktuelle Balance, die ja schwanken kann, da ich ja Assets hier drin habe, die im Wert schwanken. Und die Profits, die ich hier pro Tag dann einnehme, einmal in US-Dollar, einmal in Curve und einmal in Matic, wobei die Matic-Rewards hier seit einiger Zeit nicht mehr ausgeschüttet werden, weil der Pool einfach leer ist. Aber Curve-Rewards bekomme ich auf jeden Fall. Und dann sehe ich hier nochmal eine Zusammenfassung. Auch sehr interessant. Das Ganze ergibt dann also 4,88 Dollar pro Tag. Zumindest sieht es im Moment so aus, meine Einlage. Ergibt dann 34 Dollar pro Woche. Ergibt 150 Dollar ungefähr pro Monat. Zumindest wenn jetzt hier alles gleich bleibt, die aktuellen Stände gleich bleiben. Das Ganze natürlich bei einem Kurs von ungefähr 5 Dollar pro Curve-Token. Und so kommt man dann eben hier auf die Summe. Auch ganz wichtig, natürlich zu zeigen, wie man hier aus dem Pool wieder rauskommt. Und das geht auch über das Dashboard. Dann sehe ich ja hier den Pool. Ich klicke den an. Dann bin ich quasi in dem Pool drin, wo auch die Trades gemacht werden können. Dann gehe ich hier auf Withdraw zum Abheben. Und hier sollte auch nach einiger Zeit ein Button erscheinen, mit dem ich meine Rewards claimen kann. Der ist jetzt noch nicht da, weil der Pool einfach noch nicht lang genug läuft. Und ich sehe hier auch quasi, wie meine Assets im Pool aufgeteilt wurden. Das hier ergibt insgesamt ungefähr 5000 US-Dollar und ist aufgeteilt in DAI, USDC und USDT, sowie ein bisschen Bitcoin und fast einen halben Ether. Wenn ich jetzt hier raus will, dann gehe ich auf Unstake and Withdraw und das Ganze sind auch zwei verschiedene Transaktionen. Logisch, weil ich muss ja erstmal unstaken. Und wenn die Transaktion durch ist, dann kommt die nächste. Das wird mir ja auch mit dem blauen Icon oben in Metamask angezeigt. Und auch diese Transaktionen muss ich dann natürlich bestätigen und abschicken. Und das ist quasi der Abhebevorgang, wobei ich jetzt hier in diesem Beispiel mir die gesamte Mischung aus den Tokens auszahlen lasse. Ich kann aber auch, wenn ich Lust habe, mir ein einzelnes Asset aussuchen und mir dann dieses Asset, also die gesamte Einlage in Form eines einzelnen Assets auszahlen lassen. Ich kann das also auch auf USDT oder in Bitcoin oder in Ether machen. Und damit kann ich natürlich auch so ein bisschen was erreichen. Wenn zum Beispiel der Kurs sehr weit unten ist vom Ether, dann wird hier der Pool sehr voll sein mit Ether und dann kann ich also hier Ether günstig rausnehmen. Und wenn die Transaktion durch ist, dann habe ich die Assets in meinem Wallet drin. Unter anderem DAI, USDC, Ether, USDT und Bitcoin müsste ich auch hier haben. Aber ich glaube, ich habe den Token nicht importiert. Deshalb gibt es hier eben jetzt im Moment erstmal keinen Bitcoin zu sehen. Er ist aber im Wallet drin. Ich habe jetzt die Entnahme wieder rückgängig gemacht und alles zurückgetan in den Pool und auch gestaked. Und im nächsten Video wird es dann darum gehen, was wir mit den Curve Tokens, besonders viele werden es ja jetzt nicht werden in den nächsten zwei, drei Tagen, aber was wir mit den Curve Tokens dann grundsätzlich alles machen können, das zeige ich im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.